Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem beeindruckenden Video einer Spielererrungenschaft aus WoW Remix Mists of Pandaria. Denn dort hat es einen Spieler geschafft, einen der ja aktuell, muss man so sagen, schwierigeren, schwierigsten Bosse Solo zu legen. Und zwar geht es dabei um General Naskrim Mythisch. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, der achte Boss aus der Belagerung von Ogrima sein. Und es gibt mittlerweile viele Spieler, die sich halt die Challenge setzen, okay, sie versuchen auch den aktuell schwierigsten Raid, und das ist nun mal der Ogrima Raid, Solo zu legen auf Mythisch. Ich hatte neulich gesehen, dass es einen Spieler gab, dem es auf jeden Fall schon mal gelungen, 5 Bosse umzuklatschen. Jetzt mit General Naskrim ist man damit hier dann halt schon nochmal ein gutes Stückchen weiter. Und wenn wir mal ehrlich sind, finde ich das schon ziemlich, ziemlich krass. Also meine Remix Chars sind definitiv nicht so sehr gegugiert, dass ich das selber ausprobieren könnte. Und an einem gewissen Punkt sind diese Spieler ja auch, ja, gecappt, was ihr Gear angeht. Also hast du Max Item Level, da geht darüber nicht mehr so viel. Aber über den Umhang kannst du halt noch ein bisschen was an Potenzial rausholen, sprich mehr Stats, mehr Schaden, mehr Wörser etc. Also da geht dann noch was. Und Naskrim, ich kann mich noch gut dran erinnern, damals als wir den mythisch geprogresst haben, teilweise ein relativ fieser Fight, würde ich sagen, der auch gar nicht so viel Raum lässt und gibt, um Fehler zu machen. Auch dadurch, dass die Ads spawnen, habt ihr ja eben schon mal gesehen, kamen ein paar Ads rein, ist ein sehr, sehr gutes Ad-Management, sehr wichtig. Die Execute-Attacke des Bosses haut extremst rein. Und jetzt haben wir halt wieder Ads am Start mit Schamanen, einem Sniper, das ist der Scharfschütze, der Jäger, ein Assassin, den hat man, glaube ich, der hat sich immer einfach zufällig einen rangepickt. Aber immer, wenn diese Ads halt noch mit reinkamen, das seht ihr auch hier, wie Low er teilweise droppt, ist das sehr, sehr gefährlich. Warum hat er den Schamanen als erstes umgepölt? Ich meine, der hatte auch einen Heal, der nicht durchkommen durfte. Deswegen macht es da Sinn, den auf jeden Fall als erstes wegzufokussen. Und ja, ihr seht's, mühsam, aber er kommt ein gutes Stück vorwärts. Mittlerweile Naskrim bei 67, 65% gleich, also der ist schon ein gutes Stück runtergegangen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das war alles andere als einfach. Jetzt hast du da hinten noch diesen Arc Weaver, der dir die ganze Zeit mit Geschossen in die Fresse ballert. Da habe ich ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr, wie viel Schaden die gemacht hatten oder eben nicht gemacht haben. Aber es sind immer wechselnde Ad-Arten, die halt auch dementsprechend gespielt werden wollen und ein bisschen Vorsicht und Planung bedürfen. Und was soll ich sagen, ich bin immer sehr fasziniert von solchen Videos. Auch wenn es Remix ist und man jetzt sagen kann, ja, aber das ist ja jetzt kein Retail, Mythosport, bla 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 und so weiter. Und der Umhang, der ist ja schon ziemlich stark. Trotzdem hat sich hier jemand hingesetzt und eine Leistung geschafft, die so bis dahin vor ihm halt niemandem gelungen ist. Und ich denke, das muss man auch mal anerkennen. Und ich finde es vor allem immer wieder stark, wie die Leute sich da, ja, wie soll ich sagen, wie sie auch da drauf kommen, das Ganze auszuprobieren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Nazgrem jetzt gerade schon enraged ist, weil er die ganze Zeit vor ihm wegrennt. Hat er da einen Wuteffekt auf sich drauf? Nee, da nicht, dass ich wüsste gerade. Ähm, aber ja, letzten Endes, acht Minuten Fight, sind's roundabout. Und alles in allem durfte er sich da keinen Fehler erlauben. Ansonsten wäre der Boss nicht tot gewesen. Jetzt seht ihr auch, es werden immer mehr Ads hinten raus. Also auch das ist sehr, sehr gefährlich. Aber am Ende hat er es geschafft, hat Nazgrem getötet, während er quasi selber gestorben ist im Execute des Bosses. Also das war Granaten, Splitter, Schaf, Dünn, Hauchzart, whatever, nennt's wie ihr wollt. Aber coole, coole Leistung. Ich verlinke euch das Video natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr es euch auch nochmal angucken. Und wie gesagt, ich zeige ja so Community-Errungenschaften auch immer mal sehr, sehr gerne, um auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf solche Videos und Creator zu legen. Also coole, coole Geschichte. Und damit danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.